Guten Abend, liebes Publikum, mein Name ist Lukas Dominik. Ich freue mich, Sie im Kino des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, hier in Frankfurt begrüßen zu dürfen, zu dieser Vorstellung im Rahmenprogramm zur Sonderausstellung Neue Stimmen, Deutsches Kino, seit 2000. Der Schwerpunkt in diesem Monat ist der German Mumblecore. Wir haben bisher alle Filme gesehen, die man dieser filmischen Bewegung, die einige Filme bezeichnet, die in den späten 2000er Jahren, frühen 2010er Jahren entstanden sind und vor allem durch ihre unabhängige Produktion, Arbeit mit Improvisation und auch kleine Teams verbunden sind. Diese Filme haben wir jetzt schon gesehen, die Kernfilme dieser Bewegung oder dieses dieser filmischen Tendenz und heute Abend sehen wir den ersten Film, der dem German Mumblecore nicht zuzurechnen ist, aber der Momente aufgreift. Letzter Abend von Lukas Nathrat und Sebastian Doppelbauer, denen ich jetzt gerne das Wort übergebe, die im Anschluss auch zu einem Filmgespräch hier sind. Vielen Dank, liebes Filmmuseum für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und das ist jetzt unser wievieltes Q&A mit dem Film. Mit dem sind wir schon seit so ein, zwei Jahren unterwegs. Ja, ich schätze so unser fünfzigstes. Also wir sind schon gespannt, ob es heute eine Frage gibt, die noch nie gestellt wurde. Vielen Dank, dass ihr trotz des schönen Augustabends euch hierher verirrt habt und wir wünschen eine gute Unterhaltung und eine schöne Produktion und wir sehen uns gleich nach dem Film, wie du möchtest. Viel Spaß. Zunächst werde ich beginnen und dann sind Sie herzlich eingeladen, auch Fragen zu stellen, Eindrücke zu teilen und genau, was Sie möchten zu äußern. Das ist leider nicht erlaubt, Essen im Saal, auch wenn es zum Werfen ist. Nein. Dann würde ich auch nochmal anknüpfen, wo wir gerade schon oder vorm Film kurz dazu gesprochen haben. Worüber wir kurz gesprochen hatten, also wir zeigen den Film ja jetzt auch im Kontext des German Mumblechor und dem Film wurde ja auch in der Kritik immer wieder angerichtet, wurde immer im Kontext des Improvisationsfilms und teilweise sogar im Kontext des German Mumblechor besprochen. Aber der Film ist mit einem Drehbuch entstanden, ihr habt es zusammengeschrieben. Welche Rolle hat Improvisation gespielt? Welche Rolle Drehbuch kann man sagen? Ist ein Improvisationsfilm? Kann man das nicht sagen? Ich war, also erstmal vielen Dank, dass ihr alle noch da seid. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass als ich das gelesen habe im Programm vom Filmmuseum hier mit Mumblechor, weil ich jetzt den Film gar nicht so einordnen würde oder identifizieren würde oder jetzt auch das nicht für uns so eine Inspiration war. Also das waren andere Filme. Lustigerweise, es gibt ja das amerikanische Mumblechor angeblich, so Francis H., also Greta Gerwig wird da ja drunter gezählt, beziehungsweise Francis H. aber nicht, weil der ja sehr genau geschrieben war. Aber sie selber hasst diesen Begriff auch, habe ich gelesen im Interview. Also sie distanziert sich von dem Begriff. Das sind irgendwie frühe Improvisationsfilme, die sie gemacht hat. Aber diese Filme waren tatsächlich alle wirklich improvisiert oder auch von den Lastbrüdern und so die Filme. Das ist ja wirklich, man hält eine Kamera drauf und gibt so ganz, ganz wenig Informationen und die Leute reden drauf los. Und das war bei uns gar nicht. Also wir haben Improvisationen schon in den Proben genutzt und manchmal vor der Kamera auch Dinge passieren lassen natürlich. Aber es war alles sehr genau geschrieben und vorgegeben und auch entweder dialogisch ganz klar geschrieben, wirklich Wort für Wort. So die Hälfte des Films, jede Figur hatte zumindest eine Szene, die ganz genau dialogisch ausgeschrieben war. Und eigentlich bis das Abendessen beginnt sowieso. Und tatsächlich eigentlich auch aus Zeitgründen haben wir dann einfach nicht geschafft, diese Tischszenen genau dialogisch auszuschreiben. Haben das aber dann in Proben genau, also wir hatten ein Treatment, eine Zusammenfassung aller Szenen. Wir wussten genau, was passieren würde, wie die Wendepunkte sind und so weiter, wer wann wie ausrastet, wann geht, wann kommt. Und diese Gesamtszenen am Tisch, da war das eben so, aber da haben wir dann in Proben nochmal genau festgelegt, wer wie wann was sagt und choreografiert. Also man hätte das ja auch gar nicht so frei improvisieren können, weil wir nur eine Kamera hatten. Und dann muss man die Szenen wiederholbar machen, weil wir sie aus verschiedenen Winkeln filmen, auch wenn es ja jetzt da nicht immer unbedingt um den genauen Wortlaut geht. Aber man musste einen Fahrplan haben, man musste wissen, was man getan hat, um das nochmal zu machen. Was natürlich schon ein großer, ich sag mal, was vielleicht vom Spielgeist, der so an, ich sag mal, was Improvisiertes erinnert ist, ist natürlich eben aus den Zeitgründen, die wir hatten, aus dem Zeitdruck, aus dem Zeitmangel, also wir haben ja den ganzen Filmen in nur sieben Tagen gedreht, dass an den Szenen, die am Tisch stattfinden, wir natürlich die Figuren haben, die jetzt einen Dialog miteinander führen, den wir dem Publikum auch zeigen, aber die ganze Tischgesellschaft rundherum, die jetzt vielleicht auch nicht, vielleicht gar nicht im Bild oder nur im Anschnitt ist, muss natürlich trotzdem am Abendessen am Tisch sein und sich miteinander unterhalten. Und da haben wir uns natürlich schon, Gott sei Dank, total auf unser Ensemble verlassen können, die dann in ihrer Figur, in dieser Situation nicht aufgehört haben zu spielen, nur weil sie jetzt keinen fertig ausgeschriebenen Text hatten. Aber es ging auch um, also auch so eine Energie von Spontanität und alles ist möglich. Also das, das war mir total wichtig und das war total toll, das zu finden und das wollen wir auch beibehalten für die nächsten Filme. So dieses Gefühl von alles könnte jederzeit passieren und dass nicht diese Sicherheit da ist. Man setzt genau in dem Moment die Bierflasche ab und in dem Moment nimmt man den Schluck und dann reagiert die Person so, wie es schon zehnmal erprobt wurde. Sondern ich wollte immer so ein Gefühl von es könnte jetzt gleich alles passieren herstellen auch. Und deswegen habe ich auch, als die Kamera zum Beispiel lief, Dinge reingegeben und gesagt, sag du jetzt mal das, sag du den Satz. Oder die Kamera laufen lassen und Dinge wiederholen lassen. Auch aus Zeitgründen, wie Sebastian gesagt hat, weil wir nur sieben Drehtage hatten. Aber auch, weil das so Spaß gemacht hat und ich so inspiriert wurde von dem Spiel dieser großartigen Schauspieler, dass ich da einfach am Monitor saß und dachte, ach toll, jetzt könnte sie den Satz sagen, jetzt könnte er das sagen. Weil, weil mich das, also das war wie live schreiben eigentlich. Aber es war seltener so, ähm, macht mal oder eigentlich gar nicht so. Und ich schaue, was passiert. Eigentlich nie. Beziehungsweise manchmal habe ich schon die Kamera dann noch laufen lassen. Wenn die Szene zu Ende war und dann nochmal gucken und dann sind auch tolle Momente entstanden, weil natürlich bei dem rein-sliden und raus-sliden Lukas absoluter favorite Moment ist, wenn da Lisa und Jan gegenüber voneinander stehen und sich so sehen und dann nur noch so Berlin, Berlin calling. Und das war halt natürlich, das ist halt Jan 1a, so, das ist alles, was er noch zu sagen hat. Aber natürlich der Schauspieler, die Szene, sie gehen da rein und dann gibt es dieses unangenehme Schweigen und das auszuhalten. Oder auch manchmal beim Spielen, beim Schreiben, ah, dieser Satz wird jetzt mir gesagt und dann würde ich jetzt im Drehbuch erstmal, ich sag mal, beleidigt drauf reagieren oder ich bin davon getroffen und dann beim Drehen gemerkt, okay, jetzt machen wir es nochmal, aber ich finde es lustig, wenn dir das gesagt wird. Also, dass man manchmal wie so im Spontan nicht was man tut, sondern eher wie man es tut. Also, dass man sich da offen hält, dass die Reaktionen sehr, sehr anders sein können. Und dass man mit dem gleichen Text oder den gleichen Inhalten, wenn der emotionale Parcours ein anderer ist, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Dinge ausdrücken kann. Und da frei zu bleiben. Alles kann passieren, aber eben im Kontext der Stimmung der Szene und auch in der Rolle der Figur. Genau, absolut. Und in einer ganz klar vorgegebenen Struktur und Choreografie, so, die sehr genau erprobt war. Also, das und natürlich mit einer totalen Vertrauensbasis. Das musste auch einfach da sein. Und was dann schon geholfen hat, war auch, wir hatten ein Zoom, wir haben das Drehbuch zwei Tage vor Drehbeginn fertig gekriegt. Also, es war einfach ein Lauf gegen die Zeit. Tag vorm Dreh, seitenweise das Drehbuch verloren, vor allem digital. Genau, stimmt. Ja, das war, ja, das war, da ist es nachts viel gelöscht worden irgendwie, weil ich irgendwas nicht gespeichert hatte. Aber egal. Das war, also, es war wenig Schlaf in der Vorbereitung vor den Dreharbeiten. Und dann waren die Dreharbeiten so beglückend und toll, weil man irgendwie gemerkt hat, so, es entsteht was und es passiert. Und man kann eben auch die Kamera laufen lassen, weil so eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsamer Humor gefunden wurde von dem Team und eine totale Vertrauensbasis zwischen den Spielen, die da war. Und wir hatten aber vor den Dreharbeiten einmal, einfach um alle mal zusammenkommen zu lassen, weil sich nicht alle kannten, einen gemeinsamen Zoom. Es war ja eben auch diese Corona-Zeit. Und das war total toll, weil dann begonnen wurde irgendwann, dass die Leute in den Figuren miteinander gesprochen haben. Und das haben wir auch so ein bisschen vorgegeben. Und das, das ist dann wirklich, da haben wir uns danach so total beruhigt angerufen, oder? Irgendwas wird schon klappen, auch wenn wir das Drehbuch nicht fertig kriegen. Absolut. Und, oder man dachte so, ah krass, okay, es geht jetzt eh so eine Schwarmintelligenz los und die nehmen das. Und es ist ja ganz klar, dieser Film funktioniert jetzt auf ganz vielen Ebenen sehr anders als jetzt ein normal, sag ich mal, produzierter Film, das auch immer klar war. Im Zweifel kümmert euch nicht drum, ob ihr jetzt bei dem Satz oder bei dem Satz das Glas in der Hand hieltet, sondern spielt, 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 spielt. Und was der Kameramann hat das mal so toll beschrieben, dass, also normalerweise in einem Filmset, oder was heißt normalerweise, aber häufig, ist es dann so, dass man sehr genau absteckt. Das spielt man und wir gucken in diese Richtung und dann ist sozusagen, diese Seite des Raums ist wie so Original-Setting. Auf der anderen Seite des Raums stehen dann wahnsinnig viele Leute, die technische Dinge in der Hand halten, eine Kamera auf dich richten. Und es ist aber auch klar, ich kann jetzt gar nicht auf die andere Seite gehen in der Szene, weil dann die Kamera kann ich mitschwenken, weil sonst filmt ja auf einmal das halbe Team mit. Und dadurch, dass wir so ein kleines Team hatten und dass das so mobil war und dass auch die ganze Stimmung so, ich sag mal, was aufgepeitschtes hatte, hat der Kameramann, so wie wir gerade hier, voll aufgeregt. 40 Grad, 40 Grad in der Wohnung und es war einfach sehr, sehr heiß, war ein sehr heißer Sommer in Hannover. Aber dass der Kameramann da meinte, es war also egal, wo er hingeschwenkt ist mit der Kamera, überall war, also überall war die Szene. Es haben einfach Leute um ihn herum permanent in dieser Wohnung diesen, also den Abend gespielt und es war gar nicht so, das, ich kann jetzt nur aus dieser Richtung filmen. Und ich denke, das hatte für uns alle dann irgendwann so, wir waren halt wirklich in dieser Wohnung und saßen wirklich an diesem Tisch. Und da hat sich so ein Flow ergeben einfach und sowas. Ja. So eine gemeinsame Energie. Und ich bin auch mit so einer Bose-Box in der Wohnung rumgelaufen, als die Stimmung mal so ein bisschen niedriger war in der Energie, so einfach um diese Energie aufrecht zu erhalten, weil wir, ja, weil wir ja auch, der Abend wird ja auch lockerer, betrunkener und exzessiver. Und natürlich, wenn man in der Früh am Set steht und alle noch ein bisschen verschlafen oder ihren Kaffee in der Hand gerade hatten, dann diese betrunkene Atmosphäre, herzustellen, dieses Exzessive, das ist dann auch meine Aufgabe als Regisseur, einfach so eine Stimmung vorzugeben. Den Flow aufrecht zu erhalten. Ihr habt es gerade schon gesagt, der Film ist an sieben Tagen gedreht, das Drehbuch ist zwei Tage vorher fertig geworden. Wie sah die Vorbereitungszeit aus, wie sah euer Prozess aus und auch, wie habt ihr die Schauspieler gewonnen, wenn ihr so lange kein Drehbuch hattet oder vielleicht auch nur ein Treatment? Also vielleicht als Vorgeschichte, wir kannten uns aus Hamburg. Auf der Filmhochschule hatte Sebastian in einem Kurzfilm von mir mitgespielt und wir haben uns einfach sehr schnell, sehr intensiv angefreundet und haben so gemerkt, da ist so eine kreative Komplizenschaft auch und wir wollten unbedingt wieder was zusammen machen danach. Und wie das dann so ist nach der Filmhochschule, dann hat man so, also ich zumindest, fällt man in so ein bisschen so Selbstzweifel und denkt, oh Gott, werde ich hier wieder einen Film machen können und werde ich hier mal einen ersten Langfilm machen können? Und der Sebastian hat mir immer geschrieben, jetzt wann drehen wir mal wieder was zusammen und so weiter. Und man denkt dann immer, gerade in Deutschland, es muss dieses Drehbuch geben, das dann gefördert wurde und durch diese Förder-Odyssee, diese teilweise wirklich Kafka-eske, bürokratische Odyssee gegangen ist, produziert worden sein. Und dann kam Corona und ich hatte das Glück, ich war in der Zeit, da hatte ich ein Stipendium und durfte einfach wo bezahlt wohnen, in Basel, in der Schweiz und schreiben. Und dann haben Sebi und ich, wir haben einfach viel telefoniert und irgendwann haben wir gesagt, hey, wenn es wieder geht, lass uns doch einfach was zusammen machen, weil es ist jetzt eh alles anders als sonst. Und es waren ja alle Gesetze auch in der Filmindustrie außer Kraft gesetzt. Und was wir schon auch, also was vielleicht auch viel mit dem Clemens, mit der Figur zu tun hat, dieser Vergleich und dieser Druck von außen war weg, weil in dieser Zeit nun mal einfach alles stillstand, auch die Filmwelt. Das heißt, man hat nicht in den sozialen Medien, auf Instagram oder so gesehen, wie alle Leute erfolgreicher waren und gedreht haben und auf roten Teppichen, sondern nee, man, also und das hat für mich oder für uns so ein seltsames, befreiendes Gefühl auch gegeben, dass man gesagt hat, okay, dann lass uns einfach was zusammen machen. Ja, man, es war mal so ein Ausbruch aus so einem Hamsterrad, in dem man so drin ist und also ich war jetzt erst in Hamburg und dann in Hannover am Theater und man hat irgendwie geprobt und man denkt, es gibt sozusagen so ganz viele Dinge, die man tun muss und ich glaube auch, wenn sozusagen die Umstände nicht die gewesen wären, die sie waren, hätte man gar nicht die Zeit und die Energie gefunden, ein Projekt so aufzuziehen. Das hat wirklich damit zu tun gehabt, dass es so diese Ruptur gab und dann war alles anders und die Karten neu gemischt und dann war aber auch so ein ganz großes Momentum, glaube ich, dass es gab wie so nichts zu verlieren. Also es war wirklich, wir probieren das jetzt, wir wollen das machen, im schlimmsten Fall gelingt es uns nicht, aber es rechnet jetzt, kein Sender wartet auf irgendein Ergebnis von uns, keine Filmförderung, müssen wir jetzt irgendwie Geld zurückzahlen und das war glaube ich, das hat mal sehr viel Angst genommen und dann, alle hatten auch den Spielhunger, weil die Theater zu gewesen waren und es waren auch viele Schauspieler vom Ensemble Hannover, wo wir gedreht haben, weil es so entscheidend ist, wir hatten kein Geld, kein Budget, aber wir hatten eine leere Wohnung in Hannover und dann haben wir uns natürlich sinnigerweise gedacht, dann sollte der Film in der Wohnung spielen. Und das war, naja, und es war immer so, es war so eine interessante Kommunikation zwischen so Gegebenheiten, die jetzt Fakten schaffen und aber dann inhaltlichen Begründungen dafür. Genau, Limitationen, die dann wieder Kreativität freigesetzt haben. Es war dann klar, okay, wir können jetzt nicht, also erstmal haben wir außerdem immer behauptet, wir drehen einen Kurzfilm, das müssen wir auch, wir haben eigentlich alle angelogen, gesagt, wir drehen jetzt so einen Kurzfilm. Und wir hatten relativ schnell so eine Idee, es geht um so ein Paar, die vielleicht so um ein Ende einer Beziehung, um so einen Musiker, das hatte ich auch schnell so als Figur da und dann, okay, da könnte so eine Nachbar, also eigentlich zuerst so ein Pärchen, in dessen Leben so eingedrungen wird. Das war, glaube ich, mal so die erste Idee. Und dann haben wir eigentlich mehr Situationen miteinander gespielt. Also, wenn Luki und ich schreiben, ist es oft jetzt nicht ein intellektueller Prozess, sondern eigentlich ein total spielerischer Prozess. Also, wir nehmen richtig die Positionen der Figuren ein und spielen das miteinander dann so durch. Also, es ist wirklich auch so, dass wir uns erstmal hinsetzen, eine Situation miteinander wie, wie, ja, wie, was, wie so, wie man so als Kind, okay, wir stellen uns jetzt vor, du bist der Ladenbesitzer und ich will was kaufen und jetzt machen wir das mal und dann gucken wir hinterher, was wir jetzt so gespielt haben miteinander. Und auch viel über WhatsApp-Sprachnachrichten genauso. Ah, dann könnte das passieren und dann rastet er aus und dann ist das, ja, super. Und dann ist das so ein Ping-Pong. Und dann muss man, dann sammelt man und dann muss man wieder sagen, ah, nee, das ist nicht, das ist raus, das ist zu viel, das ist, das passt nicht. Und dann haben wir so ein Sammelsurium gehabt und wo auch immer mehr Figuren entstanden sind, die wir dann auch teilweise, also wir wussten zum Beispiel, wir brauchen einen Konkurrenten in dieser Liebesbeziehung, wie so ein Liebesdreieck. Und dann dachten wir, wer könnte den spielen? Und bei anderen Rollen war aber klar, wir wollen, dass diese Person mitspielt. Also Nils Rovira Munoz zum Beispiel, der den Pastabooten spielt, den Delivery Boy, der ist einfach ein toller Schauspieler in Hannover am Theater und wir wussten, wir wollen, dass der reinkommt. Was könnte der spielen? Ah, der hat nur einen Tag Zeit. Das war so, oder? Dass Nils nur einen Tag hatte. Wir wollten jetzt erst eine andere Rolle. Ja, ja, er musste ganz dringend in den Urlaub. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann bringt der dieses Essen und es ist mal so ein, das war toll, weil man dann für ein paar Minuten auch einer anderen Figur so eine Bühne geben konnte, die in anderen Filmen vielleicht dann eher eine Komparsenrolle wäre. Absolut. Und dadurch, dass man auch gesagt hat, okay, wir machen jetzt nicht, wir schreiben ein Drehbuch und dann suchen wir Leute dafür, sondern es geht ganz konkret um die Menschen, die das spielen. Also wir casten nicht, sondern die Leute sollen das dann spielen. Das hat eine, also wir haben für diese Leute diese Rollen geschrieben dann oder auch mit denen zusammen. Das heißt, es gab wie so einen Entwurf von der Figur. Dann haben wir die Leute getroffen. Das waren alles Bekannte von Lukas und mir, mit denen wir schon zusammengearbeitet hatten oder die wir einfach kannten und schätzten und mochten. Wo man auch das Gefühl hat, da ist sozusagen ein persönliches Verständnis für das, was wir gerade tun. Ja, für so einen Tonfall, für so einen Versuch, was das jetzt sein könnte. Da und dann haben wir uns mit den getroffen und die haben dann sozusagen weiter noch Input gegeben. Aber dadurch hat jede Figur, also die Leute haben die Chance bekommen und das ist, glaube ich, das, was man da total spürt, miteinander Verantwortung zu übernehmen und sich auch ursächlich verantwortlich zu fühlen für das, was gerade passiert. Weil man oft beim Drehen, ja, dann wird ein Drehbuch geschrieben, dann hat man eine Rolle, die hat einen Drehtag. Das ist, das Drehbuch ist fertig, das ist entschieden, wie das aussieht. Man wird für ein Aussehen gecastet, was dem, der Vorstellung des Regisseurs, der Regisseurin entspricht. Also ich bin da, um eine Dienstleistung zu erfüllen, weil man es jetzt mal ganz hart formuliert. Es ist auch völlig in Ordnung, weil man dann damit auch eine Miete bezahlen kann und mit so einem Film, den wir gemacht haben, nicht sofort zumindest. Jetzt wohnen wir in ganz, ganz tollen, riesigen Altbauwohnungen, natürlich ist ja klar. Aber das ist genau diese Verantwortung. Also es ist auch lustig, weil zum Beispiel Julius, der den Jan spielt, den Orthopäden, den Hannoveraner Orthopäden, der hatte davor so eine Serie gedreht für RTL und der war dann immer so, aber ich muss das doch in dem Moment genau da hinstellen und ich muss das doch, dann sage ich, nein, ich habe gesagt, vergiss das alles, vergiss das alles, das löse ich alles im Schnitt und ich hatte eine grandiose Editorin, die das mit mir auch gelöst hat, aber ich wollte wirklich dieses unmittelbare Spiel auch befördern und was du sagst mit Verantwortung, so zum Beispiel Pauline, die Lisa spielt, die hat dann gesagt, ach, die schreibt Tischkarten, weil sie will Kontrolle bewahren. Es ist dieser Abend, der aus dem Ruder läuft, der außer Kontrolle gerät, aber sie will dem eine Struktur geben und dann hat sie also, haben wir Tischkarten ihr besorgt und sie hat dann eben angefangen, die Namen zu schreiben und so und das sind so Details, die aber wahnsinnig viel für Figuren ausmachen. Ein Film mit einem kollektiven Moment, also natürlich wird das Drehbuch geschrieben und die Figuren entwickelt, aber die Impulse aus dem Team kommen mit und bleiben. Also das wäre auch sozusagen das, was man am Ende sieht, ist so möglich, weil alle das mitgenommen haben und ganz, ganz viel daran selber weitergekommen. Also mit dem, was wir geschrieben haben, hätte man, das ist nicht eins zu eins, was wir geschrieben haben, in dem Sinne, dass da noch ganz, ganz viel Arbeit von denen drinsteckt, aber noch was zum, zu diesem Faktor der Gegebenheiten, also wir hatten diese extrem limitierten Raum, der uns ja auch geholfen hat, also weil einfach ganz klar war, okay, wir können die Situation, es muss immer in der Wohnung sein, also wenn wir das erzählen wollen, dann muss es aus einer anderen Perspektive erzählt, weil wir müssen irgendwie anders rangehen an die Situation und wir haben dann irgendwann händeringend erfahren von Pauline, die die Lisa gespielt hat, dass sie einen Dreh hat und zwar einen bezahlten Dreh in Berlin, was wir, was wir natürlich nicht, also konnten, in der, in der Zeit, wo wir drehen wollten und es war so klar, okay, wir müssen, wir haben mindestens einen Drehgang, Pauline nicht am Set und dann mussten wir das in der Geschichte lösen und das war dann perfekt, weil es sich dann im Nachhinein total sinnig aus dem Drehbuch vergeben hat, dass Lisa irgendwann die Wohnung verlässt, aber der erste Impuls, warum wir uns überhaupt damit beschäftigt haben, war weil wir wussten, donnerstags dreht Pauline in Berlin und wir können nicht mit ihr in Hannover drehen und das ist so ein Beispiel für so, wenn gegeben, oder Pascal, der den Bo spielt, also den Musiker, der bei Zoom sich zuschaltet, der ist eine Woche vorher Vater geworden und es war halt klar, so der kann jetzt nicht, der kann jetzt nicht kommen und dann war auch, okay, dann müssen wir jetzt einen anderen Weg finden, wie diese Figur auftreten kann und das hätte man wahrscheinlich normalerweise jetzt auch nicht so lange so ausführlich gezeigt, so eine Szene. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Dann komme ich gerade mit meinem Mikrofon zu Ihnen. Ja, vielen Dank für den Film. Der hat mich wirklich reingezogen, muss ich schon sagen. Und was Inhaltliches und was Technisches hätte ich. Inhaltlich finde ich, dass Sie sehr gut dieses Gefühl ausgedrückt haben, ich möchte das geschwätzige Sprachlosigkeit nennen. Ja, dass die Figuren viel reden, viel machen, aber sich nicht wirklich erreichen. Dass jeder, ja, für sich bleibt, mit seinen Problemen gefangen bleibt. Das ist vielleicht auch ein Lebensgefühl. Ich weiß nicht, ob Sie das aktiv so adressieren wollten. Technisch, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass man mit einer Kamera so etwas macht, die ja verschiedensten Perspektiven eingenommen hat. Teilweise ganz, ganz nah dran, war dann wieder weit weg. Ich hätte die Frage, ob Sie mit natürlichem Licht gearbeitet haben. Das schien mir so zu sein, dass Sie also das Glühlampenlicht hatten und da an der Stelle keinen besonderen Aufwand getrieben haben. Ja, und dann hätte ich natürlich die Frage, wie schafft man es mit 4.000 Euro, ich habe davon auf Wikipedia gelesen, zehn professionelle Schauspieler an den Set zu holen. Sie haben gesagt… Darf ich die Schauspielfrage beantworten? Es hat niemand Geld bekommen. So schafft man das. Ja, nee, Gott sei Dank sind wir alle mit denen befreundet. Und es war wirklich, was wir vorher gemeint haben, es hatte niemand was zu verlieren. Und alle hatten Lust, was zu machen. Und es gab auch nichts, was man jetzt sonst hätte machen können, was dazu geführt hat, dass dieses Gefühl, was, glaube ich, in diesem Film drin ist, dass man sich wiedersehen will. Also diese Sehnsucht, diese Abgeschlossenheit, dieses in sich gekehrt sein, dass es irgendwie allen so ging. Und auch wenn wir jetzt natürlich irgendwie beschrieben haben, dass das für uns eine tolle Situation war, in der wir mal so durchatmen konnten, war es natürlich überhaupt keine tolle Situation. Also weil man wusste nicht, wann kann man seinen Beruf wieder ausüben. Oder man war auch konfrontiert mit so, hm, in einer Welt, die so ist, sollte ich nicht vielleicht irgendwie was anderes machen, wo man jetzt irgendwie sinnvoller in dieser Gesellschaft irgendwie was machen kann. Oder diese Kampfbegriffe wie so Systemrelevanz schwirrten herum und man dachte, also waren einige von uns noch am Theaterfest angestellt und man dachte so, boah, ich weiß nicht, wie viele Stadt- und Staatstheater das in zehn Jahren jetzt noch gibt. Das scheint irgendwie, man scheint sehr schnell auf die verzichten zu können. Das ist das eine. Und, ähm, möchtest du? Und wir haben alle nichts verdient, die mitgemacht haben. Also sozusagen, keiner wurde bezahlt, das war einfach so klar. Wir hatten kurz vorher eine Produktionsfirma, die uns dann ein bisschen Geld gegeben hat, wie so als Investition. Ähm, und ja, das war dann einfach so dieses, dieses kollektive gemeinsame, wir machen was zusammen. Und keiner hätte auch erwartet, dass der Film dann so zu der, zu der Rezeption kommen wir, kommen wir sicher gleich noch, weil so viel rumreißt und so viel Erfolg dann haben würde. Wir haben, wir haben auch wirklich gesagt, Leute, es kann einfach sein, dass ihr Szenen bekommt für euer Demoband, weil wir das nicht zusammenkriegen als Film. Luki und ich haben auch wirklich... Das, das, das hab ich nie gesagt. Das hast du gesagt. Also, ich wusste schon, ich wusste schon, wir kriegen das als Film irgendwie zu. Ja, ja, aber, na sozusagen, oder eher vielleicht... Ich wusste nicht, der kommt raus. Wir wussten, genau. Und, und man muss auch sagen, dass wir beide haben schon auch sehr gehofft und wir haben immer sehr verstanden, was der andere meint, aber wir hatten offensichtlich immer wieder große Schwierigkeiten, dass andere von Anfang an verstehen konnten, was wir meinen. Also beim Spiel gar nicht, aber wenn wir das Projekt so beschrieben haben oder wenn man das irgendwie zusammenfasst, so ein Abendessen gerät außer Kontrolle oder so, dann war die Vorstellung der Leute, glaube ich, selten bei dem, was wir gemeint haben. Und man... Wir haben uns total super verstanden und wir hatten das Gefühl, da ist jemand, der denkt sehr ähnlich, aber wir wussten ja auch nicht, ob das aufgeht. Und wir haben dann einen Vertrag gemacht, dass, falls es scheiße wird, wir trotzdem befreundet bleiben. Ich weiß nicht, ob wir denen dann, ob die Optionen so hätten. Also, kann man die dann ziehen? Ich weiß es nicht, ob man sich dann so gegenseitigt hat, aber... Das Gute war, dass alle besser befreundet rausgegangen sind als rein. Es kannten sich ja auch nicht alle vorher. Es waren wirklich auch... Es sind Leute zusammengekommen und wir nennen das jetzt so Filmfamilie. Also, das war wirklich ein total beglückendes, schönes Gefühl. So, dieser Kollektivgeist. Du musst jetzt noch das Zitat von Greta Gerwig, musst du das Zitat sagen mit dem... Achso, zu dem Punkt geschwätzige, also geschwätzige Sprachlosigkeit finde ich toll. Vielen Dank für diese Beschreibung. Weil genau darum ging es uns eigentlich auch so. Ich meine, es geht ja auch um Kommunikation. Es gibt diese Kommunikationswissenschaftlerin, die über die Kommunikationsstrategien der Generation Y im Zeitalter des digitalen Exhibitionismus schreibt. Das ist so ein Zungenbrecher. Und die Schauspielerin hat das die ganze Autofahrt nach Hannover geübt von Kiel. Ich habe gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Du musst es im ersten Take gleich richtig sagen. Sie hat es perfekt gesagt gleich. Aber genau darum ging es... Ist ja auch ein super Titel. Ja, und genau darum ging es natürlich. Also, dass immer über Kommunikation geredet wird und all diese Begriffe. Aber eigentlich jeder, dass da ganz viel drunter liegt, was nicht ausgesprochen wird. Also diese Einsamkeit, diese Verlorenheit, dieser Schmerz, der gedeckelt wird mit, wie Sie sagen, Geschwätzigkeit. Um eigentlich das eigene, das Schweigen, das man nicht aushält, zu überdecken, wird viel geredet. Und da gibt es eben von Greta Gerwig, die Francis H. gemacht hat, einen Film von Noah Baumberg, der auch eine Inspiration von uns war. Und sie hat mal den Satz gesagt, I'm so fascinated by how people use language to not say what they mean. Also, wie Leute reden und damit aber eben nicht sagen, was sie eigentlich sagen wollen. Und das überdecken wollen. Und auch Tschechow war eine große Inspiration für uns. Die Stücke von Tschechow, wo die Leute immer auf dem Land irgendwo sitzen und alle die ganze Zeit reden. Und von ihren Träumen. Und das werden wir in Moskau machen. Und wenn wir in der Hauptstadt sind. Und irgendwann merkt man, oh Gott, die werden alle dort ewig bleiben. So wie bei uns ja vielleicht die Leute auch in Hannover ewig bleiben werden. Oder viele zumindest. Und immer von Berlin und von ihren Träumen reden. Und dass sie aber wirklich dran glauben, so, das macht es dann so berührend und herzzerreißend für mich. Und ja, das war, das war so, also es ist oft dieses Klischee, gerade im deutschen Film finde ich, Dialoge sind nicht so wichtig. Das wird einem auf der Filmhochschule auch so. Show, don't tell. Ja genau, show, don't tell. Aber das heißt ja nicht, dass nicht gesprochen werden muss. Das ist dann dieses Missverständnis. Wenn die Dialoge, also wenn, weil Sprache sagt so viel über uns aus, woher wir kommen, was unser sozialer Status ist, unsere Hintergründe, unsere Intentionen und was wir damit auch verdecken wollen. Und das fasziniert uns einfach total. Ich glaube, was schon so ein, was Zeitgeistiges dann ist oder vielleicht bei uns sehr ankommt, ist auch dieser Versuch eigentlich, wann hat man wirklich, wann kann man sich mal wirklich ausdrücken. Also wann sage ich etwas und bin in einem Raum und ich habe das Gefühl, es wird verstanden, was ich sage. Und also wie selten komme ich in wirklich gutes Gespräch mit Leuten und wie viel ist dieses Phrasengedresche, ist das Zitat vom Zitat. Also was dann sogar eben noch, weil Clemens vielleicht in der Musik ist auch alles nur noch. Also wann spiele ich den Ton und sage die, singe den Text, der wirklich, wo ich mal wirklich sage, was ich sagen will. Und das traut man sich auch nicht, weil man im Zweifel dafür dann auch angegriffen werden kann. Und wenn man es ironisch mit ein paar Zitaten überdeckt, schützt man sich auch ein bisschen mehr davor, erkannt zu werden. Oder man traut sich nicht, das zu sagen, weil das ist vielleicht gar nicht so krass. Das ist vielleicht gar nicht so sehr kompliziert und intellektuell ist das vielleicht simpel oder man schämt sich dafür, was man eigentlich fühlt oder möchte. Und zur Kamera, also das ist viel mit natürlichem Licht gearbeitet worden, aber es war wirklich unglaublich. Unser Kameramann war ganz allein. Der hatte kein Lichtteam, keinen Assistenten. Der hat das allein mit so einer kleinen Blackmagic Pocket Kamera gemacht und hat sich da wirklich in dieses Geschehen geschmissen. Und wir hatten oft indirektes Licht, zum Beispiel von der Decke und natürlich in bestimmten Szenen, wenn wir wichtige Close-Ups hatten, Nahaufnahmen, dann schon gezielt nochmal geleuchtet. Aber viel haben wir dann auch eben gehofft, dass es nicht dunkel wird draußen und dann haben wir gedreht, gedreht, gedreht. Es gibt bestimmte Szenen, wo wir dann nicht mehr aufs Fenster drehen konnten, weil uns das Licht einfach draußen verloren gegangen ist und dann musste man in der Nachbearbeitung. Also es war dann auch, wir haben dann irgendwann natürlich auch nachts gedreht und dann auch Philipp, unser Kameramann, da zwei Stunden vor Drehbigen rumgeturnt, um die Fenster mit Folien abzukleben, im zweiten Stock, hätte ich gesagt. Damit es dunkel ist. Und da konnte man dann auch teilweise, oder mussten wir dann sehr, sehr mühsam in der Postproduktion nochmal manchmal dann das Licht aus dem Fenster austauschen mit Dunkelheit, weil man dann aber da nicht mehr hinfängen konnte. Ihr sagt, ihr hattet kein Geld, wenig Geld, aber dann spricht ihr von Postproduktion und von Kamera. Im Abspann tauchen auch nochmal Logos auf. Sinningrell, die Nord Media, wie sind die dann noch dazugekommen und was haben sie dann beigetragen? Ja genau, also die 4.000 Euro waren für den Dreh selbst und wir sind auch durch Hannover gelaufen vor den Dreharbeiten und haben bei Restaurants gefragt, ob sie uns Essen schenken können und es hat wirklich eine Pizzeria, Francesca Fratelli, die der Pasta-Bote auch als sein Logo hat, hat uns wirklich geschenkt. Der hat gesagt, Jungs, ich mach euch das. Er hat uns für sieben Tage, für 15 Leute jeden Tag Pizza und Pasta gesponsert, das war wirklich sehr nett. Aber genau so haben wir die Dreharbeiten überbrückt, diese 4.000 Euro waren eigentlich für laufende Kosten und dann waren wir da mit diesem ganzen Material, das wir gedreht hatten und waren so, Gott, ich will das jetzt schneiden, wie kriegen wir das jetzt hin? Und ich hatte eine ganz tolle Cutterin, eine ganz tolle Editorin, Silke Oldhoff, wo ich wusste, die muss das machen, aber wir müssen eine Art von Aufwandsentschädigung zahlen, weil das nicht nur eine Woche sein wird, der Schnitt, sondern eben viele Wochen und auch wir müssen das Equipment bezahlen, die Schneideräume und so weiter. Dann haben wir von der Nord Media in Niedersachsen eine Nachwuchsförderung bekommen von 15.000 Euro, da konnte man sich für Postproduktion bewerben. Wir haben einen Nachwuchs-Kurzfilm-Postproduktion verdorben bekommen. Ja, genau. Wir haben behauptet, es sei ein Kurzfilm, weil als Langfilm wären wir da nie durchgegangen, weil die gedacht hätten, was macht ihr da für ein Langfilm? Weil die Scheiße. Und dann hat uns tatsächlich noch ein Investor, ein Kinobetreiber aus Offenburg, hat uns Geld gegeben für den Schnittprozess. Aus dem badischen Offenburg. Aus dem badischen Offenburg, ganz genau, ganz genau, am Dreiländereck. Da war ich mal bei einem Kurzfilmfestival und er hatte damals gesagt, dass er meinen Kurzfilm mag und dass ich mich doch an ihn wenden soll, wenn ich Finanzierung brauche und ich dachte in der Corona-Zeit, er wird das niemals, niemals einlösen, weil er hat als Kinobetreiber gerade andere Sorgen und dann hat er wirklich gesagt, ja was brauchen Sie denn, um nicht schon so 10.000 Euro, um die Schneideräume zu bezahlen und er hat gesagt, gut, ich gebe das Ihnen. Und das war wirklich ein Geschenk, weil wir so diesen Schnitt fertigstellen konnten. Und sozusagen was wir beim Dreh mit Kamera und so weiter, da hatten wir einfach Glück, dass Philipp, der hatte selber eine Ausrüstung und der hat einfach alle seine Kamerakontakte in Hamburg angerufen und geschnorrt. Und dann hat er sich von, ich weiß nicht, vier, fünf Kameramann, Frau, Freunden, Equipment ausgeliehen in sein, was war es nochmal, ein Subaru oder so ein komplett schrottiges Auto eingeladen und ist dann von Hamburg nach Hannover gefahren und hat das zur Verfügung gestellt. Und auch die SchauspielerInnen, also das ist ganz viel einfach private Klamotten rausgesucht, versucht in was Passendes zu finden. Unsere Kostümbildnerin Lucy Bates, die hat dann aus ihrem privaten Fundus Sachen noch zur Verfügung gestellt. Da ist ein Schauspieler, der kam aus Dresden nach Hannover, ist dann über Berlin gefahren, ist zu der in die Wohnung, hat sie eine Sporttasche mit Klamotten abgeholt, ist dann wieder in den Zug, ist nach Hannover weitergefahren. Und die hat über Zoom Anproben gemacht, das war unglaublich und die ist wirklich eine tolle Kostümbildnerin, die im Theater und im Film, die hat mit Cate Blanchett gedreht, alles auf Zucker gemacht, den Deutschen Filmpreis bekommen und die hat dann einfach gesagt, na gut, was brauchst du, Lukas, also ich wollte einfach nur Tipps von ihr. Und sie hat wirklich so ein gesamtes Kostümbild kreiert für den Film und uns das dann zukommen lassen und über Zoom die Anproben. Und solche Leute, ohne solche Leute wäre so ein Herzensprojekt einfach nicht möglich. Und die Leute in Hannover, es war dieser Ort auch sinnvoll, weil wir haben im Sommer gedreht, es war Sommerspielpause vom Theater, was zwar ein bisschen lächerlich war, weil wir haben eh nicht gespielt, aber wir kannten halt ganz viele Leute, die dann doch im Urlaub waren und dann habe ich wirklich mit einer Telefonliste das Ensemble in Hannover durchtelefoniert und gefragt, sag mal, seid ihr ja zufällig in der ersten Augustwoche im Urlaub und würdet uns die Wohnung von euch geben, damit da Leute schlafen können. Und dann haben wir in vier, fünf verschiedenen Wohnungen halt für null Euro auch die ganzen großen Leute einquartieren können. Aber wir konnten nicht mal die Fahrtkosten bezahlen. Ihr habt das gerade auch nochmal gesagt, der Film ist während Corona entstanden, auch vielleicht so ein bisschen durch Corona, aber im Film spielt es eine relativ kleine Rolle. Also man sieht hier und da die Maske und dann wird es mal erwähnt in dem Dialog. War das so angelegt, dass das kein Thema ist? Oder ist das im Schnitt dann erst so, hat sich so entwickelt? Ne, das war schon immer klar. Also wir hatten tatsächlich, also es stellt sich, nachher war das wie so ein bisschen süß, dieser Gedanke von uns, dass wir Angst hatten, dass wenn wir fertig sind mit dem Film, das total weird ist, weil Corona vorbei sein wird. Aber das hat dann ja nochmal richtig zurückgeschlagen und es gab mehrere Lockdowns. Aber es war trotzdem für uns ganz klar, es spielt in der Zeit, die die Zeit ist, 2020. Und das war uns wichtig. Es spielt in der aktuellen Gegenwart, weil es hat damit was zu tun. Aber sozusagen das, was Corona gemacht hat, oder so wie ich das zumindest auch erlebt, dass man irgendwann eigentlich nicht so viel über Corona geredet hat, so was ist das jetzt, sondern eher, wie geht es einem damit, diese Beschränkungen, wie fühlt sich das an? Oh Gott, jetzt darf man sich nicht treffen, man kann sich endlich wieder sehen. Oder man, ich kann nicht mehr zu Hause sitzen oder ich will diese scheiß Maske nicht tragen. Das waren ja eigentlich mehr noch, also die Dinge werden so schnell Realität, dass man sie gar nicht mehr sozusagen von außen auf einer Metaebene permanent bespricht, sondern es ist die Wirklichkeit, in der man ist. Und bei uns war es, glaube ich, ein Katalysator für die Zustände dieser Figuren. Aber diese Zustände können auch anders entstehen. Aber das war sozusagen wie so die maximale Verdichtung. Und was eher eine Stärke ist, finde ich jetzt, und auch das kann man ja nicht planen vorher, ist, dass es so ein kollektives Erlebnis war, dass jeder von uns sofort den Zustand versteht, der gemeint ist. Also man erinnert sich daran, man erinnert sich, ah, wie das war, zu desinfizieren oder als irgendwie diese, jetzt dürfen sich drei Haushalte, ah, vier Personen treffen und man muss die 3G, oder diese Sachen, das heißt, man versteht total, was gemeint ist. Und das war ein kollektiver Zustand, den ich irgendwie, das war irgendwie was Besonderes, ja. Ja, wir wollten es einfach beiläufig miterzählen, aber trotzdem spezifisch, aber nicht zu dem Thema. Wir wollten nicht einen Film über Corona machen, sondern wir wollten einen Film über diese Menschen machen, ja. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Ja, danke euch für die Ausführung. Ich wollte kurz vielleicht eine Frage zur Rezeption. Du hast es schon angesprochen, Lukas, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Wie ist es so nach dem 50. Mal Q&A, wie wird der wahrgenommen? Warum? Ich würde jetzt vielleicht sogar beschreiben, es hat sowas Dazwischenhaftes. Also es ist weder Corona noch nicht, es ist weder Hannover noch Berlin. Also es ist in Hannover, aber man will ja eigentlich weg. Wie fühlt sich das für euch an? Wie hat sich das vielleicht auch entwickelt seitdem? Also in Bezug auf Hannover war es schon erstaunlich, weil auch wieder Limitationen das vorgegeben haben, dass er dort spielt, aber dann ganz viel mit dem Lebensgefühl der Figuren auch diese Stadt zu tun hat und natürlich dieser Song Hand in Hand über den E-Damm, also das ist ja ein Ort in Hannover. Eine Straße in Hand, eine Engelbosteler-Damm in Hannover. Und den Sebastian übrigens in den drei Wochen, die wir das Drehbuch geschrieben haben, nebenher auch komponiert hat. Und das ging viel um dieses Lebensgefühl für die Figuren. Sie wollen irgendwie alle weg, raus aus Hannover. Es ist ihnen zu eng dort. Und es ist aber auch nicht so eine erzählte Stadt. Und das war zum Beispiel, weil du fragst Rezeption, sehr interessant, das wurde im Ausland sehr interessant gefunden. Also wir waren in Rotterdam beim Filmfestival im Wettbewerb und die Leiterin hat dann, als sie den Film eingeführt hat, gesagt, dass es ihr Team so toll gefunden hätte, auch aus folgendem Grund. Sie hat gesagt, finally a German movie not set in Berlin. Und das ist schon was, dass man so Filme über junge Leute, die in Berlin Party machen und so. Ich hatte dazu ehrlich gesagt aber auch das Gefühl, dass so ein Publikum in Karlsruhe oder auch in Stuttgart oder auch in Mannheim oder in Leipzig das irgendwie angenehm fand, dass nicht Hamburg oder Berlin der Ort für coole junge Menschen ist, die jetzt so krasse Sachen machen. Junge Menschen, die cool sein wollen. Junge Menschen, die cool sein wollen und die alle Künstler sein wollen oder so. Also das dazu, aber das war, weil wir haben ja wirklich eine Weltreise mit dem Film bis nach Shanghai so gemacht und der wurde in ein Dutzend Länder verkauft und ist auf Airlines und wir kriegen Nachrichten aus Airlines. Auf Katar Airlines ist ja fünf Minuten zensiert, habe ich dann gesehen, weil da hat mir jemand geschrieben, hey, toller Schnitt von deinem Film. Und das war so 85 Minuten statt 91. Also muss man mal rausfinden, was die zensiert hat. Naja, harte Drogen und kostet schon zwei Männern. Ja, ja, wahrscheinlich das. Aber so in Shanghai zum Beispiel, total interessant, also in Deutschland oder auch gerade in Rotterdam oder in europäischen Orten, wo wir ihn gezeigt haben, da wurde so viel gelacht, gerade die erste Hälfte, gerade wenn es dann so hunderte Zuschauer, die zusammensitzen. In Shanghai war es still, war es still. Und ich dachte, kein Mensch, ich sitze mit 500 Chinesen im Kino und kein Mensch versteht ihn. Und dann fällt der Satz, naja, Hitler war ja auch Österreicher und das ganze Publikum brüllt vor Lachen. Und ich war wirklich so, wow, sie verstehen es. Und danach die Fragen waren so, so genau und auch so empathisch und so differenziert in Bezug auch auf den Lockdown. Weil dort natürlich die Lockdown-Bestimmungen noch viel krasser waren. Und Leute verhungert sind in den Wohnungen. Und eine ältere Frau kommt danach zu mir weinen und sagt, das ist ihre Depression im Lockdown. Und es ging darum, wie Musik interkulturelle Grenzen und ideologische Grenzen überwinden kann und ob das der Film zeigen will und so. Also wirklich sehr, sehr tiefe Interpretationen. Und das war faszinierend, wie universell, aber dann auch anders, unterschiedlich, der aufgefallen wurde. Was mir natürlich sehr gefallen hat, war, also wir waren dann auch in Wien ein paar Mal mit dem Film und haben da Screenings gehabt. Und der Nikolai, der den Marcel spielt und ich tatsächlich bin ja eigentlich auch Österreicher, auch wenn ich jetzt da einen Deutschen spiele. Jetzt kann ich es endlich mal sagen auch. Aber auf jeden Fall haben wir uns da natürlich total gefreut auf das Deutschland-Bashing, beziehungsweise sind wir dann extra reingegangen, als der Ausraster von Marcel kam im Motivkino in Wien. Und wir waren mit Julius da, der den Jan spielt, also der da vorher so diesen österreichischen Dialekt haben hat. Und wir standen so und das war so, er hat sich so geschämt. Er hat sich so geschämt in Wien. Weil in Deutschland immer die Leute lachen, wenn er den Dialekt nachmacht. Und in Wien war es totenstille. Das fand überhaupt gar niemand lustig, dass der Hannoveraner Orthopäde den österreichischen Dialekt nachahmt. Aber dann bei dem Ausraster. Und als dann ein scheiß Biefke gefallen. Aber es war auch interessant, weil sozusagen in Deutschland ganz viele Fragen so zu dem, ah ja, mit dem, okay, und was ist da so, dieser Konflikt zwischen Österreich und Deutschland oder so. Da wurde man oft angesprochen, was ist das jetzt mit den Österreichern? Und in Österreich hat absolut niemand dazu eine Frage gestellt, weil es allen absolut klar war, was damit gemeint ist. Auch wenn wir das natürlich übertrieben haben. Aber auch das muss man sagen, Deutschland-Bashing hat sowohl in Holland als auch in Frankreich, als auch in der Schweiz, als auch in Österreich. Holland hat gesagt, es sind sie und die Belgier. Ja, aber die Niederländer fanden schon auch gut, dass gesagt wird, scheiß Deutsche. Also es ist eher so, dass die Belgier, die Österreicher und die Niederländer die Deutschen sind. Nee, aber es ist super interessant, weil man dann genau diese, ah ja, und das ist wie das und das und das und das kriegt. Und es gab schon auch so Stellen, die halt immer lustig waren, also was Leute immer lustig fanden. Und ich, also in Shanghai war nur Lukas da. Ich erinnere mich, ich hatte so, wir hatten ein Screening beim Filmfest Emden, Norderney und dann waren wir auf Norderney, im Kurtheater Norderney. Und die jüngste Zuschauerin war wirklich 75, würde ich sagen, in dem Saal. Und man dachte so, oh Gott, die haben ja jetzt überhaupt keinen Bock. Die haben überhaupt keinen Bock auf so Ende-20-jährige Leute in Hannover. Und man dachte so, kommt das ja, also können die irgendwie damit irgendwas anfangen? Und dann fanden sie natürlich, Bejamelsauce mit Dinkelmehl war mega lustig da. Aber auf jeden Fall danach im Foyer kam so eine ältere Dame zu mir und meinte so, oh Gott, habt ihr immer noch diese furchtbaren WG-Partys? Wir hatten das in den 70ern schon, das war so scheiße. Und man dachte so, ah krass, weil man denkt natürlich immer so, es ist jetzt so, diese Fragen, die man sich stellt, wir sind jetzt die ersten jungen Menschen, die so denken, moah, was machen wir mit unserem Leben? Das haben sie sich in den 70ern nicht gefragt. Natürlich haben sich die Menschen das damals auch gefragt. Und das war eigentlich auch total schön, dass das gar nicht jetzt nur so um junge Menschen geht. Wir reden jetzt schon viel, ne? Punkt. Dafür seid ihr hier. Aber habt ihr dann auch auf Pointe geschrieben, das Drehbuch? Und gerade dieser Ausraster, dieser Österreich-Ausraster, wenn man das so nennen möchte, war das geschrieben auch? Manche Sachen haben wir natürlich schon auf Pointe geschrieben. Also manche Sachen werden total auf Pointe geschrieben. Aber den Ausraster nicht. Aber wie auf Pointe? Nein, uns war schon klar, was das Wortspiel ist jetzt so. Bei Gibst du uns noch eine Minute? Oder Katharina Mekar. Ja, aber es war nicht so bewusst, okay, jetzt wollen wir eine Pointe machen. Also es war nicht so konzipiert. Nein, es war immer aus den Figuren raus. Okay, so. Ich glaube, ja, okay. Ich glaube, es war dann eher auf Pointe geschnitten, würde ich sagen. Aber es war wie so nicht, es war jetzt nicht, wir schreiben jetzt nicht so, dass wir sagen, hier ist es komisch. Genau, so oder da trage ich es. Sondern es muss immer angebunden sein, was in dem Moment. Aber wir fanden so Sachen lustig. Aber genau, aber wir, 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 natürlich merken wir, wenn wir was lustig finden, sitzen wir am Tisch und dann, und dann lachen wir auch. So, das schon, ja. Weitere Fragen aus dem Publikum? Keine weiteren Fragen aus dem Publikum? Vorerst. Aber ist ja auch noch Zeit. Wir haben alles beantwortet. Dann wäre meine Frage noch, was ist für das Gespräch? Abschließend. Nein, so war es nicht gemeint. Meine abschließende Frage, also wir werden dann auch noch draußen vielleicht die Möglichkeit haben, kurz ins Gespräch zu kommen. Vielleicht, wenn Ihnen noch was einfällt, wie es jetzt bei euch weitergeht. Ja, also der Film hat eigentlich ziemlich viel für uns verändert, würde ich sagen, weil wir schon, auch in diesem tragikomischen Sujet, das wir da so gefunden haben, also dass man auch ernsthafte Dinge mit einer Leichtigkeit verhandelt, diese Mischung aus Tragik und Komik, aus Humor und Melancholie, da wollen wir dranbleiben, das wollen wir weiter machen filmisch und der Sebastian hat dank dieses Films auch einige Rollen bekommen und Drehs bekommen. Du drehst gerade wieder, aber wir schreiben gerade an dem nächsten Drehbuch und ich habe ein anderes Drehbuch geschrieben, wo der Sebastian auch mitspielen wird und wir haben zum ersten Mal Förderung bekommen. Genau, man kann, also man kann, glaube ich, sagen, wir wollen nicht nur dranbleiben, sondern wir bleiben dran und wir schreiben, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in einem Schreibprozess für unseren, für unseren nächsten gemeinsamen, für unseren nächsten gemeinsamen Streich und wir schreiben wieder zusammen und wir werden im Herbst zum ersten Mal vorm Schreiben leben, so, was sehr, sehr seltsam ist für uns, aber es ist schön, also es ist toll, aber es ist auch manchmal, wie seltsam, wie viel, also so, wenn man denkt, woher dieser Film kommt, da ist manchmal fast überfordernd, wo man damit hinkommt, weil das im Kopf manchmal gar nicht zu verstehen ist, dass man in sieben Tagen in Hannover mit, ich sage mal, mit Freunden einen Film gedreht hat und dann in Shanghai auf dem Festival läuft, da hat, da hatte ich schon manchmal, wie so, ich habe immer die Dinge erst rückwirkend so verstanden, was passiert ist, ich kann, jetzt vor ungefähr einem Jahr hatten wir Kinostart oder ziemlich genau vor einem Jahr und jetzt kann ich, glaube ich, so ein bisschen diesen Prozess beschreiben, wie das damals war, damals war man wie so im Rausch drin oder so, ist ja eh immer schwer, innerhalb einer Sache was Schlaues drüber zu sagen. Aber es war schon auch so ein langwieriger Prozess, diese Postproduktion, so gerade für mich natürlich dieser Schnitt erstmal wochenlang, immer geschaut, wo arbeite ich, um Geld zu verdienen, um die Miete zu zahlen, wo kann ich dann wieder schneiden, wo kann die Editorin schneiden, dann waren wir nach einem Jahr, obwohl wir gar nicht so lang jetzt wirklich geschnitten haben, die Schnittwochen waren gar nicht so viel, aber dann war so, okay, jetzt müssen wir den Tonpost produzieren, dann saß ich nächtelang da und habe diesen Tonschnitt gemacht und dann haben wir wochenlang in Hannover ein Tonstudio verbracht und dann hat man so, dann hat man nach so knapp eineinhalb, zwei Jahren diesen fertigen Film mit sehr geringen Mitteln fertiggestellt, aber mit wahnsinnig viel Schweiß und Herzblut und Energie und Zeitaufwand und eben, ich habe viel so auch als Second-Unit-Regisseur gearbeitet bei großen Serien in der Zeit, einfach um, um, ja, Miete zu zahlen und nachts diesen Film fertiggestellt und dann waren wir, so was passiert mit dem Film jetzt und dann wurden wir erstmal bei deutschen Festivals zum Beispiel abgelehnt und dann wurden wir in Locano eingeladen beim Filmfestival und da haben wir auch noch einen Preis gewonnen in dieser Reihe und wir haben die Sektion gewonnen genau, in der Sektion und standen dann im Hollywood Reporter und das war so unfassbar, also was Sebastian gerade beschrieben hat, dieses Gefühl von plötzlich war, ist dieser Film, den keiner so interessant fand in Deutschland, ähm, so international äh, publiziert und das war, das war wirklich Wahnsinn, weil das war ein Game Changer für den Film und dann ist der, ist der seitdem, das war vor, vor zwei Jahren wirklich weltweit gelaufen. Auch die Zusagen von den deutschen Festivals nach der international positiven Rezeption. Wir waren schon in Hof, muss man sagen, eingeladen und mussten das sogar wieder zurückziehen, weil wir dann in Rotterdam zur, zur offiziellen Weltpremiere vor Publikum eingeladen wurden und die gesagt haben, wir wollen aber wirklich die, die Urführung vor Publikum haben und genau, das ist natürlich dann auch spannend gewesen zu sehen, wie es dann wieder für deutsche Festivals interessanter wurde, die dann gesagt haben, reicht doch nochmal ein, ihr habt ja ganz viel geändert, haben wir gehört, haben wir gesagt, nein, wir haben nichts geändert, haben sie gesagt, reicht trotzdem nochmal ein. Also doch, und wir so, nee und dann unser Produzent haltet die Klappe und reicht nochmal ein und dann haben wir nochmal ein gereicht und es war natürlich, also was du gerade beschrieben hast, ist natürlich schon, also ich glaube, vor allem, also wir haben alle wahnsinnig viel daran gearbeitet, ich glaube, Lukas hat nochmal mehr gearbeitet, wenn man alle Arbeitsstunden von allen Menschen, die an diesem Film zusammengearbeitet haben, zusammenrechnet, ohne Lukas, kommt Lukas auf mehr Arbeitsstunden alleine nochmal für den Film, das muss man wirklich sagen, Lukas hat zwei, drei Jahre seines Lebens nur diesem Film gewidmet, mit allen Möglichkeiten, die er hatte, das heißt, dieser Prozess und das hat Lukas, ich habe auch wahnsinnig viel dafür gemacht, aber Lukas hat noch wirklich so viel mehr gemacht dafür und das hat man natürlich schon mitbekommen, was man dafür macht und man weiß schon die Meta, die man gegangen ist, aber das Momentum, das du gerade beschreibst, von so, wir hatten so eine Idee zusammen, in einem WhatsApp-Chat und dann macht man einen Film und dann gucken den Leute an und das ist irgendwie aufgegangen, das ist ja alles, was man sich gewünscht hat, ist, dass das irgendwie gelingt und das ist irgendwie gelungen oder die größte Angst wird, dass man denkt, hey, wir beide finden es richtig toll, die Idee, wir verstehen und dann, niemand will das sehen oder es funktioniert überhaupt nicht und es hat funktioniert und auch dieser Versuch, das ein bisschen anders zu machen, teilweise aus der Not heraus, aber teilweise auch aus Erfahrungen, aus der Arbeitswelt, wir wollen kollektiver miteinander arbeiten, wir wollen das, wir wollen da irgendwie auf Augenhöhe miteinander arbeiten, jetzt nicht, dass alle alles machen, aber eben auf Augenhöhe miteinander und dass dies, also, dass diese Gruppe aufgeht, dass das aufgeht, so, das ist so viel, was man sich wünscht, aber wo man wirklich nur hoffen kann, dass das so ist, ähm, dass das schon, ja, das ist immer wieder, also ich finde es immer wieder überwältigend, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, stimmt. Danke schön. Vielen Dank. Herr Lukas, vielen Dank Sebastian, dass ihr da wart. Wenn es gleich noch Fragen gibt, ist das das Foyer, vor dem, äh, vor der Tür zum Kinosaal, wird es noch Gelegenheit geben, sie anzusprechen und, ähm, dann, ähm, haben wir noch einen Film in dieser Reihe, in der Begleitreihe, in diesem Monat, am 31. August, um 20.15 Uhr, nächste Woche Samstag, wieder hier zeigen wir zu zweit allein von Sabine Khoda auch ein ganz, äh, herzlich warmer Film, der stärker am Improvisation arbeitet, auch, äh, ähm, Grundlage hat und Sabine Khoda wird auch persönlich hier sein, um den Film vorzustellen und im Anschluss auch für ein Filmgespräch, äh, zur Verfügung stehen. Dann, äh, in der Zwischenzeit, ähm, schauen Sie sich die Ausstellung an, Neue Stimme, deutsches Kino seit 2000, jetzt, ähm, auch im Rahmen des Museumsuferfestes und, ähm, dann freue ich mich, Sie nächste Woche Samstag wiederzusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.